Mitte der Map am besten wieder, hm? Boat Yard. Aber hier bin ich ja definitiv alleine jetzt. Nix für den Nächsten übrig lassen, der hier hinter mir durchkommt. Da ist ein Auto. Hallo? So, nächste Zone ist okay. Ich kann noch einen Moment hier schimmeln. Weil da vorne wird ja ganz offensichtlich hart rumgeballert. Ah, der wechselt das Auto. Uh, ein Hit. Und ein Kill. Brauche ich was von dem? Ne. Gerade überlegt, ob ich den looten soll, aber... Bisschen Heilung? Ne, ist eigentlich auch okay. Ehrlich gesagt ist es mir hier ein bisschen zu ruhig. Kaum vorstellbar, dass hier keiner mehr langläuft. 13 Sekunden, nur dann los. Oh, oh. Da guckt man mal kurz nicht auf die Straße. Oh, oh. Falscher Moment. Kollege, falscher Moment. Gott, da vorne steht auch einer rum. Ja, verballer ruhig deine ganze Muni. Alles gut. Gut. Ich hab das noch nicht so 100% irgendwie drin. Silenced der... Gesilenced der M24. Und da oben ist der Boy mit dem... Okay, jetzt wird's... Das ist jetzt mutig. Okay, die M24 hat wahrscheinlich den Karabiner getötet. Und ich vermute, dass der Karabiner mein Fahrradfreund war. Das heißt, ich versuch jetzt die M24 zu snacken. Weil der sich ja jetzt auch auf den Weg machen muss. Oh Gott, ich steh so offen, ne? Es passt mir gar nicht, dass ich nicht weiß, wo die M24 hinter mir ist. Aber der kriegt jetzt so viel Schaden. Oh, schau mal, was da ist. Alter! Wo ist er? Er muss da hinten irgendwo sein. An seiner Stelle wäre ich auch einfach weitergerannt. Egal, wo ich mich hinstehe. Ich bin von irgendwo super offen. Okay. Da ist einer. Da hinten ist einer. Okay. Whoa. Whoa. Von wo? Da. Oder? Da. Wer liegt da? Nein, ich wollte noch an die Weste von dem. Schlecht. Da ist einer. Hat er mich gesehen? Ja, der hat mich bestimmt gesehen. Nee, hat er nicht. Oh mein Gott. Yes, okay. Muss jetzt gerade so sein. Ich sehe hier die Schlange als siegreich. Ich sehe hier die Schlange. Yes. Jawohl, endlich. Wieder ein Sieg. Zwar richtig dreckig. Richtig dreckig als Schlange. Aber gewonnen. Ich habe einfach die Schlange gesehen hier in dem Gebiet. Anders habe ich es nicht gesehen. Er hat den Tücken gekillt, der mich gekillt hat und ich habe mich schön in die Wiese gelegt. Ich hatte keine Weste mehr, ich hatte wenig Heilung, keine Granaten. Da war die Schlange einfach der Way to go.